Musik Singen Kinderlieder Vier Fälle wohnen in einem Haus und schauen gemeinsam zum Fenster raus. Da klopft es bumm bumm so früh schon am Tage. Jeder der vier hat eine eigene Frage. Der erste Fall fragt, wer klopft dort an? Der zweite Fall fragt, wessen Klopfen hört man? Der dritte Fall fragt, wem gilt der Besuch? Euch oder mir? Der vierte Fall fragt, wen möchten sie sprechen bei uns hier? Und dann singen die vier ein kleines Lied, pass gut auf, was jetzt geschieht. Und dann singen die vier ein kleines Lied, pass gut auf, was jetzt geschieht. Wir wissen, wen, wen, der, dessen, dem, den. Wie es richtig heißt, das wissen wir, hör du zu. Wir erzählen es dir. Wie es richtig heißt, das wissen wir, hör du zu. Wir erzählen es dir. Vier Fälle wohnen in einem Haus und schauen gemeinsam zum Fenster raus. Da klopft es bumm bumm so früh schon am Tage. Jeder der vier hat eine eigene Frage. Der erste Fall fragt, wer klopft dort an? Der zweite Fall fragt, wessen Klopfen hört man? Der dritte Fall fragt, wen gilt der Besuch? Euch oder mir? Der vierte Fall fragt, wen möchten sie sprechen bei uns hier? Und dann singen die vier ein kleines Lied, pass gut auf, was jetzt geschieht. Und dann singen die vier ein kleines Lied, pass gut auf, was jetzt geschieht. Wir wissen, wen, wen, wir wissen, den, den. Wie es richtig heißt, das wissen wir, hör du zu. Wir erzählen es dir. Wie es richtig heißt, das wissen wir, hör du zu. Wir erzählen es dir. Hör du zu, wir erzählen es dir. Hör du zu, wir erzählen es dir.